Wir sind zurück bei Jacket Alliance 3. Heute werden wir eine ganze Menge Museums-Action erfahren und vielleicht auch ein paar neue Lootboxen einsammeln. Der Charlie-Trupp hat so ein bisschen was eingesammelt. Wenn wir ins Inventar gehen, sehen wir, wir haben ein paar Schätze dabei und ein paar Stahlrohre nicht mitgenommen. Das ist so in Ordnung. Und werden dann einmal auf L8 ziehen, gehen sofort wieder auf Pause, denn der Bravo-Trupp muss hier ganz dringend diesen Angriff abwehren, denn wir haben hier unten keine Milizen, wir haben hier keine Art und Weise, das hier zu verteidigen. Das bedeutet, ihr müsst das hier einmal so schnell wie es geht abfangen. Im besten Fall gelingt es euch auch. Ich hoffe, ihr seid schnell genug. Was wir auch machen können, ist den Alpha-Trupp hier abzuziehen und nach vorne zu schicken, und zwar auf E16, wo sie dann auch gleich Milizen ausbilden können. Das ist der Plan. Sei tausendmal gesegnet, sagt Fonda. Und Fonda darf jetzt gerne mithelfen, hier Milizen auszubilden. Und das macht sie. Wobei, wir stellen erstmal die anderen Sachen ein. Müssen wir was reparieren, eventuell? Ja, machen wir mit den beiden Besten. Dann wissen wir nämlich auch, Fonda wird keine Milizen ausbilden, sondern die beiden machen das. Aber nur einmal, weil danach ja Fonda wieder breit ist und dann geht das Ganze schneller. Und so sind wir jetzt erstmal in einer ganz guten Ausgangsposition. Der Bravo-Trupp kriegt das tatsächlich sogar hin. Das gefällt mir gut. Ihr seid fertig mit Reparieren. Sehr schön. Wir gehen weiter und warten, bis der Charlie-Trupp gleich angekommen ist. Der Bravo-Trupp ist angekommen und der Bravo-Trupp kann gerne mal in die Taktik an sich gehen und schauen, was wir hier finden. Ist es der verfluchte Wald, wo wir schon waren? Nein. Das ist auch ein verfluchter Wald. Okay, das ist wahrscheinlich ein ganzes Waldsystem, was hier dran hängt. Aber hier gibt es keine Skulpturen zu reparieren. Kommen wir hier runter? Ja, natürlich. Ja, dann schauen wir uns das mal an, was wir hier finden können. Also hier ist ja jemand, mit dem wir vielleicht reden können. Und hier... Oh mein Gott! Ich hoffe nicht, dass du das hier aus Überzeugung gemacht hast. Wir sehen ein Himmelbett. Sehr viele Ranken, die hier drum ragen. Also es ist schon länger nicht mehr bewohnt. Und das sieht man auch anhand der wahrscheinlich Frau, die hier liegt. Die schon so ein bisschen abgenagt ist. Und ihr Ehemann liegt daneben. Ganz viele Blumen. Und Kerzen, die an sind. Also irgendjemand scheint da schon zu pflegen. Dieses abstrakte Bild. Was uns sich dort ergibt. Noch ein paar Kräuter. Wir brauchen mittlerweile nicht mehr so viele Kräuter. Aber wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Das ist klar. Und wir plündern natürlich auch alles. AK-47. Nein. Brauchen wir... Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nein. Nein. Ist ein Sturmgewehr. Und wir sind hier natürlich mit der Maschinenpistole deutlich flexibler. Können häufiger schießen und so weiter. Gerade auf dem Mediziner haben wir gesagt, wollen wir genau das haben. Ein großes Gebiet. Ist ein großes Gebiet. Aber ich glaube, die Action geht nur hier ab. Wer bist du? Francis. Hallo Francis. Sie sagten, dass Mama mich sehen will, aber ich kam zu spät zurück nach Hause. Sie hat eine Nacht hinterlassen, laut der sie mit Papa begraben werden will. Aber ich finde sein Grab nicht. Ich weiß, dass seine letzte Ruhestätte irgendwo in diesem Wald ist und vom Fluss aus gesehen werden kann. Okay, wir können ihm helfen, seine Mutter zu begraben bei ihrem Vater. Und wie aus Geisterhand sind die Kerzen ausgegangen. Das sind so die kleinen Geschichten, die hier erzählt werden, die wirklich schön sind. Aber auch ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Also, wie viel zu spät kam er denn bitte? Oder sitzt er hier schon Ewigkeiten verzweifelt rum? Wir wissen es nicht. Ich weiß nur, dass ich ganz gerne in dieses Haus reingehen möchte. Und gucken möchte, ob hier eventuell die Mutter noch so ein paar Wertsachen hat für uns. Wir sammeln gerne Kräuter ein. Cool, dass das hier Kräuter sind. Wie cool. Und plündern das einmal. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Aber schön, dass die Mutti auch einen Helm hatte. Ich meine, es sieht hier auch alles ein bisschen runtergekommen aus. Falls mal das Dach auf den Kopf fällt, dann ist sie zumindest ein bisschen geschützt. Vielleicht war das auch ihr Tod. Vielleicht war das auch ihr Tod. Die Frage ist, hat er sie hier auch neben ihm gelegt? Oder war sie das einst? Aber es müsste hier eigentlich anders aussehen. Wenn die Leiche hier gestorben wäre, dann wäre hier alles verwest und modrig. Was ist denn das hier? Was ist denn das Lila hier? Es ist so ein auffälliges kleines Detail, dass es irgendwas sagen soll. Kann aber auch sein, dass die Textur fehlt. Kann auch sein, dass einfach eine Textur fehlt. Wir gucken mal. Und wir gucken mal, ob wir das Grab finden. Ich meine, hier ist der Fluss. Das heißt, hier müssten wir es ja gleich finden, oder nicht? Wir haben auch Leute mit einem guten Weisheitswert. 93er Tor. Ja, von hier finden wir es nicht. Gehen wir ein bisschen am Fluss entlang. Und vielleicht finden wir es ja. Vielleicht finden wir es ja. Das wäre ja ganz schön. Haben wir noch eine gute, schöne Tat geleistet? Leider nicht. Also noch nicht. Gehen wir mal ein bisschen flussaufwärts. Ob wir hier was finden? Wahrscheinlich nicht, weil hier das Mapende ist. Nee. Gehen wir hier hinten nochmal hin. Wir werden es finden. Wir werden es finden. Francis, wir werden es finden. Gucken wir mal kurz auf die Notizen drauf. Vergessenes Grab. Irgendwo am Fluss. Das ist der Fluss. Könnte aber auch sein, dass gar nicht diese Map hier gemeint ist. Sondern der Fluss. Wenn ich das richtig sehe. Geht der ja hier noch weiter. Also ist es überhaupt ein Fluss? Es war mal ein Fluss. Das auf jeden Fall, ja. Also es könnte auch sein, dass wir das gar nicht hier finden können. Sondern, dass es irgendwo anders ist. Bei irgendwo im verfluchten Wald können viele Orte sein. Wir werden die Orte ja eh absuchen mit dem Bravo-Trupp. Aber dann sehe ich hier keine Möglichkeit für uns. Weil das hier ist alles kein Flussgebiet. Weil hier hinten haben wir noch was. Ein Lagerfeuer. Ich weiß nicht, was das bringt, das zu entzünden. Ah, wir haben Infos gefunden. Dadurch. Alles klar. Wir laufen hier trotzdem nochmal alles ab. Damit wir alles abgelaufen sind. Für den Fall der Fälle. Das ist auch der letzte Weg, den wir noch nicht genommen hatten. Aber hier ist auch nichts. Okay. Dann gehen wir wieder in die Satellitenansicht. Warten hier auf den Feind. Beziehungsweise, dass der Charli-Truppchen L8 ankommt. Und auf dem Rückweg holen wir uns ein paar Dropboxen ab. Weil wir es einfach ewig nicht mehr gemacht haben. Charli-Trupp hat L8 erreicht. Sehr schön. Kann man hier eine Operation machen, eine besondere? Nein. Gegenstände reparieren. Gucken wir mal. Ja, könnten wir sogar. Starten wir. Und das warten wir auch nochmal kurz ab. Bis es repariert wurde. Der Eifer-Trupp macht nicht weiter. Denn der Eifer-Trupp hat jetzt bessere Leute, die das ausbilden können. Dann geht das ein bisschen schneller. So, ihr beide macht das. Und Lifewire kann auch mal alleine die letzten Sachen hier machen. Das ist gut. Dr. Q kann sich nicht selbst trainieren. Deshalb ist das Schwachsinn. Wir machen weiter. Raven ist nicht mehr müde. Sehr schön. Ist abgeschlossen. Auch schön. Und hier ist es auch abgeschlossen beim Charli-Trupp. Ist noch jemand müde? Ja. Nails ist noch müde. Dann entspann dich mal schnell. Und jetzt haben wir die Verteidigung hier. Ich würde sagen, das können wir automatisch machen mit dem Bravo-Trupp. Ich nehme die Beute mit. Der Bravo-Trupp ist wieder frei. Nicht ganz. Die müssen sich einmal kurz... heilen. Und es kommt direkt der nächste Angriff. Ja, okay. Dann ist es so. Dann bleiben wir hier. Dann gehen wir nicht auf Suche nach Skulpturen. Wir haben so viele medizinische Vorräte hier. Das müssen wir durchziehen. Red, kannst du noch was reparieren? Ihr habt ja gerade gekämpft. Ja, so ein bisschen zumindest. Alles klar, mach mal. Und ist noch irgendjemand frei, der ausspähen könnte? Hitman. Ja, klar. Mach mal. Sehr gut. Der Charli-Trupp ist noch nicht bereit. Der Eifer-Trupp ist auch noch am rekrutieren. Sehr gut. Hitman hat ein Level-Up. Das schauen wir uns natürlich an. Hitman. Du bekommst ein Level-Up. Und? Wo gehen wir mit dir rauf? Du hast hier keinen Wert auf 80 gebracht. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, wir müssen die Standardsachen mit dir machen. Stürmen und Säubern bringt bei dir nichts. Blutrausch auch nicht. Das auch nicht. Geschicklichkeit ist bei dir noch nicht mal auf 70. Das heißt, hier können wir nicht rauf gehen, obwohl das so gut bei dir wäre. Trefferpunkt erhöhen finde ich nicht verkehrt. Mehr Schaden gegen Feinde mit Status flankiert. Ist auch schön. Gratis Bewegung, wenn eine Leichte oder Keine Rüstung getragen wird. Ist für dich irrelevant. Dann mach ich mal flankiert. Mehr Schaden, wenn wir aus der Flanke angreifen. Finde ich eigentlich ganz nett. Und dann geht's nochmal weiter. Ihr werdet weiter rekrutieren. Sehr gut. Und der Charly-Trupp ist bereit, mal in die Taktik an sich zu gehen. Und zu schauen, ob wir da was spenden können an das Museum. Ich hab überhaupt gar keine Ahnung, was die nehmen, was sie haben wollen. Wir haben das ja noch nicht gemacht. Aber schön jetzt nochmal den Ort zu sehen. Nach dem Kampf. Wo alles wieder in Ordnung ist. Links sind noch ein paar Leichen rum, aber die sollen auch eher abschrecken. Alles ist wieder in Ordnung. Bis halt die Autos, die zerstört wurden. Die Einschläge und... Ähm... Ja, das passiert halt. Das gehört halt dazu. Und die Blutspritzer, die werden natürlich auch nicht weggemacht. Einfach um daran zu gedenken, was wir hier haben. Dann sprechen wir mal mit Emma. Hallo Emma. Es tut mir leid, dass ich so naiv war, Corazon Santiago zu vertrauen. Es hätte mir klar sein sollen, dass sie ihren finanziellen Interessen priorisieren würde, selbst bis zu ihrer Beteiligung in einem Putsch. Wir wissen zwar, aber wir fragen nochmal nach, was denn für ein Putsch? Im Rahmen seines Wahlkampfs hat mein Vater erklärt, er wolle die Zugeständnisse gegenüber ausländischen Firmen wie Adonis neu verhandeln. Ich war so verzweifelt, meinen Vater zu retten, dass ich gewillt war, zu glauben, Corazon Santiago würde uns aufrichtig helfen wollen. Ja, okay, verstehe ich. Man kann Frauen nicht trauen. Ich meine, manchen zumindest. Den schlechten. Jetzt scheint es, als habe sie uns alle benutzt, um Kontrolle über die Diamantenminen zu erlangen, während sie gleichzeitig mit den reaktionären Kräften des Militärs geplant hat, die Regierung meines Vaters zu stürzen. Wenn wir Biff Epscott glauben können, hat Corazon den Major wohl angeheuert, um die Diamantenminen einzunehmen und Chaos zu stiften, damit die Regierung glaubt, weiter auf Adonis Hilfe angewiesen zu sein. Nur hatte der Major da leider andere Pläne. Mhm. Ja, also das ist quasi das, was wir schon wussten, aber aus ihrem Mund kann vielleicht ja auch nochmal was dazukommen, deswegen schön, dass wir es nochmal gemacht haben. Welches Kulturerbe? Dieses Gebäude, das die Barbaren der Legion beschädigt haben, ist zentral für die Geschichte Grand Chiens. Hier wurde die Unabhängigkeit der Lande von General Lecimé Chien hüchstpersönlich ausgerufen. Ist es der Fettzeug mit dem fetten Hund da draußen? Ich gebe zu, die Statue ist nicht das beste Beispiel für zeitgenössische Kunst. Bevor die Legion meinen Vater entführt hat, hatte ich versucht, Gouverneur Le Pinguin zu überzeugen, daraus das Museum von Adjani zu machen. Genau, das war ja auch die Quest, die hieß ja auch Museum von Adjani. Können wir Gouverneur Le Pinguin trauen? Er ist ein guter und ehrlicher Mann. Oder zumindest ist sein Herz im rechten Fleck. Ich weiß, dass ich auf ihn ziehen kann. Schließlich hat er meinen Vater unterstützt und mir geholfen, Geld für eure Dienste einzutreiben. Museum von Adjani? Diese Region ist nicht nur reich an Rohstoffen, sie ist auch die Wiege der Zivilisation in diesem Teil der Welt. Es betrübt mich zu sehen, wie unser kulturelles Erbe auf der Jagd nach Diamanten verschleppt oder zerstört wird. Wenn ihr zufällig auf archäologische Schätze stoßen solltet, könntet ihr sie hierher bringen? Jawohl. Wie viel können Sie denn dafür zahlen? Ich kann leider nicht wirklich dafür bezahlen. Da das Museum noch nicht existiert, bekomme ich auch keine Gelder für die Beschaffung von Artefakten. Ich setze da ganz auf euer Wohlwollen. Aber als Tochter des Präsidenten sowie als Sprecherin und Ministerin habe ich immerhin einen gewissen Einfluss. Wenn ich meinem Volk zeigen kann, dass ihr dabei helft, die Ehre dieses Landes zu bewähren, könntet ihr sie überzeugen, der Miliz beizutreten. Dann könntet ihr sie dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Wir haben es schon besprochen. 3000 Geld ist zum jetzigen Zeitpunkt für uns komplett irrelevant. Wir haben viel zu viel Geld, was wir gar nicht ausgeben können mehr. Von daher können wir die Schätze gerne spenden. Oh, fein. Was habt ihr gefunden? Eine Statuette. Das ist sehr, sehr eid und kostbar. Und wir bekommen Loyalität von Por Kakao. Und einen Goldhund haben wir auch gefunden. Wusstet ihr, dass der Hund im Altertum in dieser Region ein Symbol des Wohlstands war? Den wollte ich so gern behalten. Und noch einen Goldhund. Sehr schön. Und jetzt können wir die Miliz entsenden. Wohin soll ich die Unterstützung schicken? Nach Por Kakao? Nach Ernie? Ins Wassergrab? Oder Camp Savanne? Ich hätte sie ganz gerne... Ich hätte sie ganz gerne im Vor des, des, ähm... Kolonets. Da muss ich aber gerne nochmal reinschauen, wie das denn da heißt. Also... Wie heißt denn das hier? Vorbrigant. Ja, das ist es nicht. Also Wassergrab können wir welche hinschicken? Da haben wir aber ja, Leute. Das waren, glaube ich, nur Orte, wo wir schon waren. Nicht wahr? Das ist für mich auch nicht so interessant, eigentlich. Na gut, wir probieren es mal aus. Wir machen es mal. Ich meine, wenn wir eh hier sind... Dann, ähm... Wir haben zwar an allen Orten, haben wir Milizen... Aber schick es mal nach... Also Ernie ist halt auch... Unnütz... Nach Camp Savanne. Ja, ein gefährlicher Ort, finde ich auch. Ja, ja. Schick da mal Leute hin. Okay, dann auch Porn Kakao. Alles klar. Und... Wassergrab. Dann machen wir das. Komm. Verstärken wir es, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Aber dann haben wir es einmal gemacht. Und wir können... Jetzt noch mal Lootboxen holen. War das hier? Ne, das war in Fleet Town selbst, direkt, glaube ich. Ich glaube, das war direkt. Sind die schon da, die Milizen? Ja, die wurden nur aufgestockt. Also es ist, als wenn keine Milizen gekommen wären, weil wir ja schon jeweils acht hatten. Hier hatten wir nur sieben, jetzt haben wir hier acht. Also es ist sofort reingegangen. Naja, so ist es halt. Ist okay für mich. Das ist vollkommen okay. Flea Town ist natürlich dafür da, um jetzt so ein bisschen in die Dropboxen reinzugehen. Für mich war es einfach schön, dass wir das auch mal probiert haben mit dem Museum, dass wir jetzt hier nochmal zurückgehen zu den Dropboxen. Ne, Flea Town war das nicht, ne? Ne, doch, doch. Es war hier. Lele, da bist du. Ja, ja, ihr braucht, wir brauchen Beutetruhen. Verkauf uns eine Truhe. Kampfstimulanz, fantastische Wortwitze. Das war? Das war alles? Haben wir keinen Platz mehr im Inventar? Ist das das Problem? Nein, kann nicht sein. Wir haben Platz im Inventar. erhöht die Führungsqualität. Ja, dann ist es was für Chats. Sehr schön. Aber wir haben noch so viele, wir haben noch so viele Diamanten. Haben wir alle Lootboxen geholt, die wir holen können? Gibt's ja wohl nicht. Ja, okay. Dann haben wir alle Lootboxen geholt mittlerweile. Anscheinend. Weil sonst konnten wir mal so viele holen, wie wir wollten. Dann verkaufen wir den Rest. Verstopft uns ja nur das Inventar. Verkaufen wir. Und verkaufen wir. Sehr schön. Sehr gut. Dann geht's wieder zurück in die Satellitenansicht. Und der Charly-Trupp geht dann sofort wieder zurück. Der kommt dann hier hin, wo der Bravo-Trupp jetzt ist. Und dann können wir uns nämlich hier weiter vortasten. Der Bravo-Trupp sollte ja eigentlich hier den Verfluchten weit abschließen. Aber es geht gerade nicht. Okay, wir bekommen weitere Informationen. Das ist ganz nett. Das nehmen wir gerne mit. Elits-Ausbildung machen wir weiter. Die sind jetzt weit gelaufen. Der Charly-Trupp. Und da kommt jetzt der Feind. Der Charly-Trupp könnte direkt weitergehen. Die Frage ist nur, seid ihr gleich erschöpft? Wahrscheinlich. Wir warten noch mal ganz kurz ab, damit die gleich nicht sagen, dass sie erschöpft sind. Der Alpha-Trupp ist hier auch fertig. Kann auch ein nach oben gehen. Um hier bei dem Kampf dabei zu sein. Aber der Charly-Trupp braucht das nicht. Der Charly-Trupp braucht das nicht. Also, wir werden jetzt natürlich vorderbehandeln. mit Dr. Q und Thor. Und dann geht nämlich jetzt hier der Charly-Trupp direkt weiter. Die brauchen jetzt hier nicht dabei sein bei dem Kampf. Aber der Bravo-Trupp und Alpha-Trupp können gerne mal zusammen kämpfen. Denn der Charly-Trupp geht weiter nach Il-Murah. Rein da! Bei Platzregen. Okay. Bin gespannt, was wir hier sehen. Wir sehen eine Katzine, Kleiner. Okay. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erkannt, was da genau war. Also hier ist so ein Brotverleih und hier waren Feinde. Okay. Das heißt, wir wissen, hier sind Feinde. Hier ist eine hohe Position, die wir gut ausnutzen können. Das heißt, wir gehen hier gleich rum. Hier ist auch ein Feind. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier rum direkt. Im besten Fall hauen wir den weg, ohne dass es einer mitbekommt. Wir setzen uns ein, gehen in den verborgenen Modus rein. und den Veteranen sollten wir doch bekommen. Ich hoffe, das klappt. Raven. Wenn es jemandem zutraut, dann dir. Jawohl. Sehr gut. Weiter geht es. Weiter, weiter, weiter. Da ist ein Scharfschützen-Veteran. Hat eine Mütze auf, aber es ist eine billige Mütze. Das ist auch ein Ding für Raven. Und ganz schnell, bevor er uns bemerkt, war nun 56er Schaden, aber das hat gepasst. Sehr gut. Wir bleiben verborgen. Und zwei schon besiegt. Sind auf der erhöhten Position. Das schauen wir uns später an. Das Ding hier, diese Natur... Rituale. Denn von hier haben wir jetzt gute Übersichten. Wer ist hier hinten? Vlad, der Bastler. Ja, und da sehen wir jetzt einige Feinde. Ups, weg, 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 weg. Raven, du wirst gesehen. Okay. Steroid. Grizzly. Nee, jetzt. Chat. Ihr seid ein Team, Raven und Fox. Ihr seid das andere Team. Ihr snipet von hier. Und das Team geht hier rüber. und kämpft auch unter anderem von der Brücke. Grizzly und Chad auf jeden Fall. Steroid kann hier hin. Und Nails kann ein paar Granaten von hier raushauen. Sehr schön. Also, das bedeutet für uns, wir müssen jetzt einen Start machen. Und ein Start ist natürlich auf jemanden, den wir sofort rausbekommen. Sodass der Feind nicht weiß, wo wir sind. Das ist jetzt wichtig für uns. Der Feind soll nicht wissen, wo wir sind. Soll sich jetzt ein bisschen ungeschickt bewegen. Und das Gute für uns ist, der kommt hier halt auch nicht schlecht hin. Der kommt hier ganz, ganz schlecht nur hin zu uns. Das heißt, er wird sich erstmal in die falsche Richtung bewegen. Und den will ich noch gar nicht rausholen. Piet Lippeux. Der wird nämlich uns aufdecken. Wir beenden den Zug. Wir machen nichts. Wir machen nichts. Wir lassen die hier erstmal in eine blöde Situation bringen. Und natürlich sie entblößen. Damit wir mal sehen, wer hier ist. Wenn sie wissen, wo wir sind, dann entblößen wir sich nicht so. Das ist gut. Wir können jetzt einzeln weg snipen. Fox. Du kannst dir ihn hier rausholen im besten Fall. Jawohl. Wir sehen zwar, dass er stirbt, aber sie sehen nicht von wo. Und den hier können wir uns auch holen. Und das ist ein Ding für Raven. Jawohl. 150 kritischer Treffer. Grizzly könnte sich um ihn kümmern. Im besten Fall. Jawohl. Chad wartet. Wir bleiben verborgen. Der Feind weiß nicht, wo wir sind. Wir snipen sie komplett aus der Deckung. Und Chad wurde entdeckt. Und wer wurde noch entdeckt? Grizzly auch. Fast alle wurden entdeckt. Durch diese Positionsänderung, das ist ja lächerlich, würde ich sagen. Na, Fox, du wurdest noch nicht entdeckt, dann mach du den mal hier hinten weg. Sehr schön. Und bevor der Feind auch nur einen Schuss abgeben kann, holen wir ihn raus. Mit Nummer 1. Mit Nummer 2. Und der Feind konnte nicht einen einzigen Schuss absetzen. Aktivieren mit Raven, was ist denn das? Steroid, aktivier das doch mal. Ein leistungsstarker Projektor. Ja, dann aktivieren wir mal den Projektor. Ah, das wäre ein Licht Scheinwerfer. Ah, okay, von hier sehe ich es auch. Okay. Ja, das bringt uns ja gerade nichts. Das ist, das ist klar. Scharf schützen Veteranen suchen wir mal ab. Das verkaufen wir direkt. Und den Helm braucht keiner von uns. Deswegen verschrotten wir den direkt. Na komm, wir untersuchen das einmal. Okay. Hat keine große Bewandtnis. Ja, es werden nicht mehr viele Feinde hier sein. Schwarzpulververkäufer. Sehr gut. Sehr gut. Eine Stadt nach meinem Geschmack. Wird nicht mehr viel da sein. Vielleicht noch irgendwo einer oder zwei. Aber das kriegen wir locker hin. Mehr Weisheit für Fox. Sehr schön. Beschädigter Saphir verkaufen wir sofort. Und uns ein paar Kräuter noch dazu. Sehr schön. Altmetall gefunden, Bauteile, alles wunderbar. Der Bastler wird hier auseinandergenommen, bevor er auch nur ein Wort mit uns wechseln kann. Wir haben eigentlich die Aufgabe, dass wir Leute mit Maschinengewehren töten sollen. Ich bin gar nicht sicher, ob wir überhaupt noch drei Leute mit Maschinengewehren töten können. Habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Falle deaktivieren. Ich schätze mal, es ist eine Technikfalle. Wir wissen es aber nicht. Sieht aus wie eine Technikfalle. Glück gehabt. ein selbstgebauter Generator. Dann hacken wir das nochmal. Eigentlich wollte ich es am Ende machen, aber ich meine, wenn wir eh gerade hier sind, warum nicht? Dann hacken wir das auch nochmal. Restliche Team geht weiter, weil es wird hier nicht mehr viel sein. Wir haben die richtig schön auseinandergenommen. Ohne dass sie wussten, wen auch nur im Ansatz geschieht. Das ist richtig, richtig gut. So, also die ganzen Häuser, die suchen wir gleich ab, wenn wir rennen können. Vielleicht ist hier hinten ein Feind. Das hier ist doch eigentlich eigentlich zu perfekt, um wahr zu sein, um sich hier drin zu verschanzen. Die hätten wir schon gesehen, weil hier offene Fenster sind. Schauen wir uns das später an. Aber coole Kulisse gefällt mir sehr gut hier hinten. Was haben wir hier? Einen Huhn? Ich nenne es Schliemann. Okay, weiter, weiter, weiter. Bauteile mit Nails. Nimm mit. Wir haben mal ein paar Kräuter. Ist ja hier eine richtige Schnitzejagd, die wir machen. Und wahrscheinlich sind wir auch zu vorsichtig. Ich glaube nicht, dass hier noch viele Feinde sind. Aber lieber vorsichtig sein, als sich am Ende ärgern, wenn hier eine blöde Rakete in alle sechs Leute gleichzeitig reingeht. Auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ach, ist das cool gestaltet, dass außerhalb der Map, wo wir nicht mehr hinkommen, halt einfach Orte sind, wo man sich denkt, ich würde gern wissen, was ist hier passiert, warum ist es zerstört. Ich würde hier gern rein. Das ist immer sehr schön gemacht. Ja, wo ist denn der letzte Feind? Hier ist ja schon der Kartenrand. Oh, ein bisschen Fisch. Oh, da ist ein Feind. Wenn ich den Fisch sehe, dann denke mir auch sofort, das könnte echt was Nettes werden, der. Aber ich glaube, du bist der Letzte. Und er war noch nicht der Letzte. Dass der das nicht mitbekommen hat, hier sind doch seine Leute gekommen, oder? Naja. Lieben das seine? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Äh, Chad. Chad, mach du das mal. Schleich dich mal hier hinten ran. Er hat hier rausgeguckt. Und dann haben wir ihn getötet. Aber gemein, dass der da so um die Ecke stand. Im Gebäude. Also wenn hier Leute drinstehen können in den Gebäuden, dann kann es durchaus sein, dass wir noch den einen oder anderen verpasst haben. Aber komm, wir rennen Es können nicht mehr viele Feinde sein. Es wird wahrscheinlich echt nur noch einer sein. Ja, da sind keine drin. Durch die Fensterscheiben hätten wir es ja gesehen. Hier hinten gehen wir auch noch mal auf Nummer sicher. Nicht, dass wir jetzt alles absuchen und hier ist jemand drin. Da ist keiner drin. Dann gucken wir hier noch mal rein. Und da ist jemand drin, den wir jetzt auseinander nehmen. Und das wird, glaube ich, der letzte sein. Das wird der letzte sein. Und das wird ein einfaches Ding für Raven. Geh mal hier hin und drück ihm mal schön was in den Kopf. Genauso. Konflikt gelöst. So einfach war das. War mir klar, dass das jetzt einfach ist. War jetzt ein kleines Risiko, aber manchmal muss man auch ein Risiko eingehen. Sehr schön. dann holen wir hier noch mal ein bisschen Loot, gehen hier noch mal durch, sprechen mit Vlad, dem Bastler, gucken mal, was er sozusagen hat. Nimm die Munition mit, ganz wichtig. und suchen mal alle Gebäude hier auch ab. Aber fies, dass die teilweise so versteckt in den Gebäuden waren. Das heißt, wenn man hier wirklich auf Loot-Mission ist, hätte es sein können, dass man echt fies überrascht wird. Oder wenn man sich selber eine gute Position sucht. Das ist schon gemein. Hier hinten war ja nichts, da waren wir schon drin. Schade eigentlich. Da ist was. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist hier nichts? In der nassen Tiefe liegt gefährlicher Müll, aber ganz wie eine Auster und ihre Perle enthält ein offener Tresor glitzernde Diamanten. Wir haben acht winzige Diamanten bekommen und Bobby meint daraufhin ein schleimiges Monster wollte mich mit seinen Testiken einwickeln. Verschwinden wir hier sofort. Schöne also wirklich schön hier gemacht. Das gefällt mir gut. Was ist das hier hinten? In Brunnen? Ist das hier überschwemmt worden? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Gebäude hier sind ja auch so auf Städzen. das Wasser war hier schon. Aber was ist hier passiert? Was ist das hier? Oder halt so ein Springbrunnen, der hier so eine Fontine aus dem Wasser raushaut. Die Frage ist nur, war dieser Ort schon so reich, dass sie sich das leisten konnten? Es ist viel Aufwand und viel Geld. Ich würde sagen nein. Ein Kühlschrank. Wir haben schlechte Erfahrungen mit Kühlschränken gemacht. Letztes Mal war der Okay, letztes Mal war der explosiv, deswegen habe ich Nails herangeschickt, aber er hat das über seinen Technikwert gemacht. Zum Glück war das erfolgreich. Also man kann es wirklich nicht erkennen. Selbst wenn es ein Kühlschrank ist, manchmal ist es Technik, manchmal Sprengstoff ist ja echt fies gemacht. Steroid brech das mal auf, damit wir es plündern können. Wunderbar, nehmen wir mit. Und dann haben wir glaube ich auch so gut wie alles gelootet, was wir looten können. Aber wir können natürlich noch mal mit Vlad, dem Bastler reden. Und da wir eh viel Geld haben, holen wir uns auch ein bisschen Schwarzpulver. Ich meine, wir haben jetzt auch eine Menge Schwarzpulver, wir müssen aber nochmal upgraden, bevor es irgendwann weitergeht. Aus diesem Grund holen wir uns ein bisschen Schwarzpulver. 300 ist ja nichts. Wir haben auch nur drei bekommen, aber es ist okay. Wir wollen ja noch Hohlspitzgeschosse machen, Panzerbrechende Geschosse. Spätestens für den Endkampf will ich da richtig gut ausgestattet sein. Das Reißbrett ist das reinste Chaos aus Plänen und Formeln. Nach sorgfältiger Untersuchung präsentiert sich genialstes Ingenieurs Geschick. Erfahrungspunkte für Chat. Vlad der Bastler Hi. Das war nicht schlecht. Das Biest selbst könnte sie nicht schneller töten. Das Biest Wer ist denn das Biest? Das Biest ist eine See? Sind das nicht alle? Du weißt, dass ich dich von hier aus sieben verschiedene Arten töten könnte, oder? Naja, Bieste sind manchmal auch lieblich. Im Fall dieses Biestes heißt manchmal aber vor langer Zeit. Könnt ihr nicht gegen die Legion kämpfen? Hier sind vor allem noch alte und kranke Leute. Wir sind keine Soldaten. Seht mich an, voller Schmieröl. Ich baue Dinge zusammen, nicht Leute auseinander. Vielleicht könntet ihr die anderen da schießen lernen. Wir brauchen eine Miliz. Das kriegen wir hin. Bereitet die Legion euch Schwierigkeiten? Ach mir? No. Aber sie haben alle jüngeren Leute genommen und gezwungen drüben in Belleau über dem Fluss nach Diamanten zu schülfen. Alles klar? Meine Ex-Frau und ich, wir haben keine Kinder, aber die anderen sind sehr besorgt. Kann das Biest denn nicht Belleau befreien? Sie kann eine ziemliche Nervensäge sein. Ich muss es ja wissen, aber so etwas würde sie allein nicht schaffen. Wartet mal kurz. Ist das Biest seine Frau? habe ich das richtig verstanden? Ich muss es ja wissen, er redet von seiner Ex-Frau. Ist es seine Frau oder seine Ex-Frau? Ich weiß es nicht. Wir werden Belleau befreien, klar. Du hast erwähnt, dass sie junge Leute entführen und versklaven. Wir vernichten sie. Hört mal, wenn ihr Belleau befreit, kann ich vielleicht unerwartete Verstärkung für euch arrangieren. Oh, sehr schön, ja. Bitte. Du bist also ein Ingenieur. Ja, ein Erfinder. Ich liebe es, an Geräten zu basteln, bis sie funktionieren. Manchmal ist das Ergebnis überraschend. Das ist der beste Teil. Wisst ihr was? Wenn ihr mir Bauteile bringt, stelle ich etwas für euch her. Ich garantiere, dass es funktionieren wird, aber ich kann nicht versprechen, dass es immer ist, was ihr braucht. Wie viele Bauteile haben wir? Das ist der Charlie-Trupp. Das heißt, alle Waffen, oder fast alle Waffen sind modifiziert. Gucken wir uns das mal kurz an. Brauchen wir hier noch irgendwas? Ich glaube, hier haben wir nur das Visieren nicht aufgrund der Chips und halt gesagt, okay, wir gehen jetzt hier nicht rein und bauen eine Taschenlampe ran. Hier sieht auch alles gut aus. Doppelwaffig ist sie sowieso meistens nicht unterwegs, also wir brauchen die Bauteile nicht. Wir haben zwar nur 75 am Start, aber das könnten wir durchaus machen. Bastel etwas für uns. Einmal herstellen. Seht, ich habe Platten an dieser Lederjacke befestigt. Das bietet eine Weile lang guten Schutz, außerdem hat sie einen Getränkehalter am Bauch für euren Kaffee, wenn ihr gerade Leute tötet. Ich glaube, eine Kevlar-Weste haben wir bekommen. Wir schauen gleich nochmal. Wir geben ihm nochmal was. Das passiert ab und zu, ich baue irgendwelche Teile zusammen und heraus kommt eine AK-47. Ja, die hätten wir nicht gebraucht. Das soll deine Plasma-Kanone sein, aber anscheinend schießt sie nur im Vakuum. Jedenfalls könnte es jetzt Brechstange teilen. Eine Plasma-Waffen-Breckstange erhalten. Das ist ja genial. Nein, das ist ja wirklich eine. Verschießt in einem perfekten Vakuum-Plasma-Geschoss. Funktioniert ansonsten wie eine Brechstange. Zerbricht Schlösser von Türen und Behältern. Bonus auf Fähigkeit-Checks zum Zertrümmern. Bla bla bla. kann repariert werden, kann nicht repariert werden. Oh, das ist sogar richtig gut. Wir können richtig viel Platz schaffen, denn die ganzen Brechstangen, die wir haben, können wir verschrotten, weil die können wir immer wieder reparieren. Wir brauchen keine Brechstangen mehr. Das ist ja genial. die Plasma-Waffen- Brechstange ist viel besser, als ich erwartet hätte. Ansonsten die Kevlar-Weste brauchen wir mit 70% Schadensreduktion. Was ist denn hier los? Auf einmal ist er mir sehr sympathisch, der gute Vlad. Also ihr habt beide 50, du hast 50 mit der schweren Rüstung, das gibt's nicht. 50 Nails will nichts tragen. Ja, dann schützen wir unsere Heilerin mehr. Mehr der 70%. Plasma-Waffen- Brechstange. Das ist ja wohl genial. Was hat er hier? ein Steroid wird das rausfinden. Dieses Wunder der Ingenieurskunst hat sich als Whirlpool herausgestellt. Ach, der baut... Oh nein, ist das cool. Der baut hier einen Whirlpool. Ach, diese Details immer. Alles klar, was mit ihm war, weiß ich nicht. Kann man hier noch irgendwas cooles entdecken? vielleicht entdeckt er ja hier noch was, was ich nicht gesehen hab. Ich glaub, er hat ein Kino gebaut. Hier sein Stuhl, mit nem Bier, ne Lampe, ein Abstelltisch. Hier hinten die Leinwand. Jetzt fehlt noch der Projektor. Doch hier, schaut mal, hier sind die Filmrollen. Vielleicht fehlt der Projektor noch, aber das ist hundertprozentig als Kino gedacht. Hundertprozentig, sonst wären die Filmrollen nicht hier. Doch, hier ist der, oh, schaut, hier ist der Projektor drauf. Ach, ist das cool. Das sind so die Kleinigkeiten. Man schaut sich hier um, denkt sich, gar nicht so viel dabei und man spricht mit ihm und er sagt, das ist ein Whirlpool und dann erkennt man es erst und denkt sich, wow. Und dann schaut man sich weiter, um was hat er hier noch gebaut? Und dann ergibt sich hier, okay, das könnte ein Kino sein. Und dann entdeckt man den Projektor. Ey, ist das cool. Und auch die Filmrollen hier, das ist so mit Liebe gestaltet. Das ist genial. Oh, Steroid hat ein Level-Up. Gehen wir mal rein. Wollen wir auf den Kampffokus gehen? Erhaltet zwei weitere Aktionspunkte beim ersten durch einen Gegner erlittenen Treffer? Finde ich gar nicht schlecht. kannst du mir durch mehr mehr Sachen machen. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Damit hast du alle drei Kraftvorteile der höchsten Stufe. Das ist nicht schlecht, Steroid. Da kann man echt stolz auf sich sein. Wir sollen hier eine Miliz ausbilden, das machen wir natürlich. Ist ja klar. sehr teuer hier. Gegenstände reparieren. Können wir auch nochmal machen. Ich glaube, ist nicht so notwendig. Ja, aber nehmen wir mal mit. Und wer ist noch da? Ihr beiden. Raven und Fox, was könnt ihr euch gegenseitig beibringen? Ihr seid beide geniale Leute. Gibt's gar nicht so viel. Just for fun. Raven bis in Medizin. Warum denn nicht? Dann holen wir das hier auch noch raus mit dem Bravo und mit dem Alpha Top. Leifei hat ein bisschen gelitten. Aber das sieht ganz gut aus. Wir geben hier den Kram natürlich euch. Du bekommst den Peacemaker auch, wenn ich den nicht mag, aber bekommt auch ein bisschen Munition für später. Das ist gut. Der Eifer-Trupp kann hier stehen bleiben. Kann man denn hier auch Milizen ausbilden? Ich denke nicht, oder? Nein, hier kann man es nicht. Und dann bleibt ihr mal hier. Der Bravo-Trupp kümmert sich jetzt endlich mal um den verfluchten Wald. Schaut mal, der Legion hört nicht auf. Der schickt jetzt durchgehend Milizen. Durchgehend. Oha. Es gibt keine Pause mehr. Es sind jetzt nicht die stärksten Milizen, also die können wir gut abfangen. Aber es gibt keine Pause mehr. Das ist interessant. Dann wird der Bravo-Trupp nämlich jetzt hier den verfluchten Wald fertig machen. Der Alpha-Trupp bleibt wo er ist, geht dann danach hier rauf, um die weiteren Angriffe abzuwehren. Der Bravo-Trupp holt sich hier den verfluchten Wald. Und der Schadi-Trupp wird hier die Milizen ausbilden und dann hier die Mine einnehmen. Hier haben wir auch den verfluchten Wald, das nimmt natürlich der Schadi-Trupp mit. Der Bravo-Trupp hat nur noch diese vier Orte. Und das könnte nämlich sehr spannend werden hier mit der Diamanten-Mine. Vor allem, wenn wir dann aus Imora auch noch Unterstützung bekommen. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um hier einen Cut zu setzen. Einfach, weil ich glaube, dass das hier ein großes Ding werden könnte. Und falls nicht, haben wir dann noch den verfluchten Wald für die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war echt großartig heute wieder. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder, indem wir die letzte Mine einsacken. Die aller, allerletzte Mine. Und wenn die anderen langsam erschöpfen, brauchen wir die auch. Also momentan sieht es sehr gut aus. Mit unserem Geld und auch was regelmäßig reinkommt, ist es gar nicht so schlecht. Aber trotzdem muss man wirklich ganz klar sagen, wenn die hier alle erschöpfen, dann haben wir irgendwann ein Problem. Und deshalb ist es gut, dass wir hier wirklich die Schlinge enger ziehen. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr weit. Der Major ist bald dran. Und ihr werdet dabei sein. Zumindest, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt.